Wir haben unser erstes Snack Automaten-Beladen hier in Batzazoufland in Öfret und in diesem Video möchte ich dir erklären, welchen Weg man dafür geht, was dafür nötig ist und ob du das Ganze aufmachen kannst. Damit du alles ganz genau siehst, werde ich jetzt mein Handyhals umdrehen und dich mitnehmen. Das sind also unsere vier Automaten. Natürlich kommt da noch viel mehr dazu. Ich zeige dir aber erstmal von vorne weg, erstmal von außen alles nochmal ganz genau. Wir befinden uns hier in Batzazoufland in der Asperstraße 5 und so sieht der Laden erst morgens von außen aus. Ich zeige euch erstmal den Standort und das ist wirklich der Hammer, denn wir haben hier ein Laden gefunden, direkt neben einer Tankstelle. Und das Beste daran ist, diese Tankstelle, das ist eine selbstbedingte Tankstelle ohne Ware, also ohne Snacks, ohne Getränk, nichts. Man kann hier 24-7 einfach sein Auto trinken, aber man kann nicht so trinken oder essen wollen und dafür eignet sich unser Laden natürlich perfekt. Um diese Uhrzeit, die müsst ihr euch vorstellen, wir haben es gerade Sonntagfrüh und ich glaube es ist 2 Uhr und natürlich ist dann erst wenig los, weil morgen früh müssen alle zur Arbeit. Deswegen kann ich das Video jetzt aufnehmen, deswegen ist gerade auch nicht viel los, aber normalerweise ist hier so viel los, dass ich alle paar Minuten stoppen muss, weil hier so viel Kundschaft reinkommt. Also, ich zeige euch erstmal die Automaten an sich. Es fängt damit an, dass wir einen Automaten haben, das nur so exotische und amerikanische Sachen hat, Hackies, Kalyptus und so weiter. Aber das kennt ihr ja bereits alles. Dann geht es weiter mit ganz Standardsachen, wie Getränke, Snacks, Red Bull kommt auch noch gleich dazu. In diesem Automat, ihr müsst euch vorstellen, ich habe gestern alles aufgefüllt und das ist wirklich alles leer geworden. Das werde ich dann gleich auch nochmal nachfüllen. Das sieht natürlich nicht so schön aus, aber es ist wirklich viel Arbeit. Wenn ich das jetzt erstmal reinpacke, dann schaffe ich das Video nicht weit. Deswegen nehme ich das Video jetzt auf und fülle danach die Automaten auf. Hier, das hier ist unser einziger Automat, der nicht gekühlt ist, so steht das auch. So, 22 Grad. Hier, der ist nicht gekühlt. Warum? Weil hier kommt dann unsere Sonntagswahl rein. Hier kommen Körner rein, hier kommen, wie man sieht, Ladekabel rein. Wir hatten schon einige Ladekabel, Feuerzeuge, Schwangerschaftstester, Konduro und so weiter. Also, der Sonntagsautomaten sozusagen. Und alle anderen Automaten sind gekühlt, wie man hier sehen kann, bei 9 Grad. Ich empfehle immer so zu testen, zwischen 7 und 9 Grad. Wenn man es zu kühl hat, ist das zwar super schön für die Getränke, aber die Snickers und die ganzen Riegel, die werden dann eishart und das ist dann nicht bei mir, nee. Wir haben vier unserer Getränke. Das ist eigentlich unser Red Bull Automat. Der ist doch meist voll mit Red Bull in jeder Sorte. Und wie man sieht, ist das war gestern Samstagabend. Das ist einfach alles leer geboren, weil die Leute sind verrückt nach Red Bull und ich genauso. Was gibt es hier zu beachten? Also, wir haben hier einen Automaten und das empfehle ich dir auch. Durch den Automaten, der oft der neuste Stand ist. Wir können zum einen Bargeldbeflutkarte zahlen. Man kann einmal seine Karte hier durchschieben. Man kann seine Karte dranhalten. Man kann seine Karte dranhalten oder seine Karte reinstecken. Ansonsten kann man hier einfach Münzen reinwerfen oder Schweine. Diese drei Möglichkeiten bieten wir an und ich glaube, damit ist man dann langfristig sehr, sehr gut dabei. Das Ganze funktioniert einfach so einfach. Man bietet beispielsweise Twix 2.7 aus und kann dann direkt bezahlen. Also, so läuft das Ganze. Allerdings, beachtet bitte einiges. Und zwar, wenn ihr die Automaten holt, dann informiert euch im Vorfeld, denn die Karte Lesegerät funktioniert nicht sofort. Wenn ihr einen Automaten erstmal einstellt, dann kann das bis zu mehrere Wochen dauern. Also, zwei, drei Wochen müsst ihr mit einplanen, bis überhaupt das Karte Lesegerät funktioniert. Wir haben in dem Fall Niax. Und bei Niax ist es so, das ist schon ein bisschen Glückssache, wie schnell das funktioniert. Und ob ihr Karte Lesegerät überhaupt anbieten könnt oder nicht. Das ist eine Prozedur. Dafür mache ich ein extra Video, wenn das gewünscht ist. Wenn du jetzt im Überlegen bist, hole ich die Automaten oder nicht, was ist der beste Weg? Man muss sich natürlich überlegen, man kann ein Automat kaufen, man kann es lesen oder man kann es auch mieten. Man nutzt für sich selber natürlich, also die Gedanken, was am besten sich lohnt. Also, ob sich jetzt mieten lohnt oder leasen. Je nachdem, wo man es holt. Also, man kann einfach online einfach eingeben, zweckautomaten. Da gibt es so viele Hersteller. Und da kann man halt gucken, was günstiger ist. Ob leasen günstiger ist oder mieten. Und beim Lesen weiß ich halt, dass du halt ziemlich viele Unterlagen brauchst, um so ein Automat lesen zu können. Beim Mieten glaube ich weniger. Du brauchst aber auf jeden Fall eine gute Bonität allgemein, um so etwas mieten oder lesen zu können. Ansonsten für das Koffi, so ein Automat kann je nach Veraufstattung, weil ihr euch vorstellt, allein so ein AX-Gerät, so ein Karte-Lesegerät kostet schon 1.000 Euro. Also nur das Ding an sich mit Einbau, also seid ihr für mal 1.000 Euro. Also so ein Automat kann, wir haben jetzt so ein Automat neu gekauft. Ich empfehle euch nicht wirklich, gebrauchte Automaten zu kaufen, denn, und das werdet ihr in den nächsten Videos von mir ganz genau bemerken, wenn man sich den gebrauchten Automaten holt, dann hat man eigentlich sehr viele Kopfnetzen, wenn man keine Ahnung damit hat. Und glaubt mir, es ist wirklich so, obwohl wir neue Automaten haben, haben wir uns am Anfang kaum ausgekannt und mussten am Anfang jeden Tag hierher, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Einfaches hat was damit zu tun, weil wir noch keine Profis mit den Automaten waren. Deswegen empfehle ich, holt euch neue Automaten, da sind die Fehlerquote einfach viel zu gering. Dann kann es eibungslos laufen. Natürlich kann auch sein Automat zwischen 6.000 und 15.000 Euro kosten, je nachdem, wo man es holt und mit welcher Ausstattung. Ich würde euch auf jeden Fall mit Karte-Lesegerät, weil alles andere macht für die Zukunft einfach gar keinen Sinn. Solltet ihr so einen Laden aufmachen oder einen Outdoor? Ich glaube, da ich jetzt den Weg gegangen bin mit dem Laden, weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt, so einen Laden zu auszulernen. Glaube ich, ist es deutlich einfacher, ein Outdoor-Gerät hinzustellen. Es ist sicherlich etwas weniger komplizierter und man muss mit weniger Kosten rechnen. Alleine so ein Laden, sofern er nicht Eigentum ist, muss man monatliche Miete zahlen. Das heißt, wenn man die Geräte gemietet hat oder wie es hat, sind monatliche Kosten fällig, plus der Laden an sich. Also hat man hohe Fixkosten, die man erstmal natürlich erwirtschaften muss. Also beachtet das, wenn man nur so ein Automat hat und das Outdoor stellt, sind die Fixkosten meiner Meinung nach relativ gering. Wenn man jetzt für den Stellplatz 100 Euro, 150 Euro im Monat zahlt, für die Automaten 200 Euro, dann sind die Kosten im Monat übersichtlich. So eine Ladenpreche zahlt man ein bisschen mehr. Also erstmal den Gedanken machen, will ich das Outdoor oder Indoor machen. Und vor allem Indoor mit mehreren Automaten, kann ich euch sagen, ist definitiv viel mehr Arbeit. Also ein Automat alleine beansprucht schon so viel Arbeit, das muss man teilweise fast schon Vollzeit machen in der Anfangszeit. Der andere und wichtigste Grund ist, meiner Meinung nach, schaut, dass ihr, wenn ihr ein Ladenlokal habt, dass ihr in der Nähe von euch befindet. Oder, falls ihr nicht in der Nähe ist, dass ihr auf jeden Fall mobil seid, denn in der Anfangsphase, das machen sehr viele und das dürft ihr nicht machen. Ihr könnt nicht einfach einen Laden aufmachen, Automaten rein und dann nach Hause gehen. Das wird schon laufen, so läuft das nicht. Gerade in den ersten paar Wochen müsst ihr ständig da vor Ort sein. Also ihr müsst jederzeit erreichbar sein, weil irgendwas nicht stimmt, weil ein Kunde Beschwerde hat oder sonstiges. Ihr müsst immer erreichbar sein, gerade in den Anfangswochen. Also das ist gar kein Business, was man nebenbei machen kann, neben der Arbeit. So einfach ist das nicht, auch wenn euch das vielleicht so verkauft wird. Es steckt hier so viel Arbeit da drin. Es ist nicht einfach nur so, dass man einfach Laden aufmacht, Automaten rein und ja, das war's. Nein, so einfach ist die Arbeit nicht. Also das sieht man nicht und das wissen auch viele nicht. Aber dafür bin ich jetzt da und das will ich erklären, den Weg gegangen sind, diese Automaten so aufzustellen. War ein langer Weg, wir mussten so viele Sachbeachtungen, die uns keiner vorher gesagt hat. Und deswegen abonniert den Kanal, damit ihr noch mehr erfährt. Als nächstes würde ich ganz einfach sagen, ich führe jetzt die Automaten auf. Ihr könnt euch, wenn ihr Interesse habt, auf so ein Business aufzubauen, könnt ihr ganz einfach in den Kommentaren schreiben, welche Themen soll ich anfrechen, auf was ihr euch ganz genau drauf eingehen, was wünscht ihr euch, was denkt ihr euch. Und dann kommt in Zukunft auf diesen Kanal alles rund um dieses Thema. Denn dieses Business haben wir aufgebaut und da möchte ich euch auf den Weg mitnehmen. Ich werde euch noch zeigen, wie das Ganze angefangen hat, von der Idee bis zur Umsetzung, was wir gemacht haben, selbst als wir die Wände gestrichen haben. Ich habe alles ganz genau gefilmt und das zeige ich euch. Also wenn du Interesse hast, schreib in die Kommentare, auf was du dich eingehst, was interessiert dich. Ich schätze mal natürlich, dich interessiert auf jeden Fall, was wir damit auf Umsetzung machen und was die Kosten dafür sind. Also wenn du solche Fragen hast, alle in die Kommentare rein und in Zukunft mache ich noch mehr Videos darüber. Und wenn es dich freut, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Also abonnier den Kanal, schreib in die Kommentare, was dich interessiert und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Also abonnier den Kanal, schreib in die Kommentare, schreib in die Kommentare, schreib in die Kommentare, schreib in die Kommentare.